Willkommen zurück zu Thimbleweed Park. Genau, es ist ein Wunder, dass wir heute sogar spielen können. Ja, einen Dreivierteltag verschissen wegen dem blöden PC-Kratzen-Scheiß. Dieses AMD-Klumpert, was mir nie wieder ins Haus kommt. Mich wundert's je, dass das Teil von der Hardware her noch komplett ist. Im September wird dann getauscht wieder auf Intel zurück, mit der neuen Grafikkarte gleich. So, da ich jetzt nicht mehr so 100% genau weiß, gehe ich noch einmal ins Gefängnis, das war auf der Hauptstraße, gell? Und frage ihn noch einmal, was er braucht. Was ist das? Piep! Taschenuhr! Oh, ich bin in der Hand. Ich bin in der Hand. Kannst du diese Karte fixieren? Wenn du die Karte fixieren, dann versuche ich, dass ich deine Innoissance prove. Hier ist meine Karte, um dich zu fixieren. Aber du denkst, dass ich sie mit meinen Zähnen fixieren kann? Komm zurück, wenn du die richtige Handlung hast. Okay, Werkzeug brauchen wir. Ach ja, genau, und das müssen wir auch. Ich bin in der Hand. Ich kann auch mal schauen, wer was hat, weil ich bin schon langsam durcheinander gekommen. Ich sehe die noch als Notwendigste. Was hat da nüt-nüt? Ich wollte nämlich noch was probieren. Angeblich soll das ein Easter Egg sein. Das will ich jetzt sehen. Oh, 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 oh. Willkommen zu Quickiepal. Kann ich euch helfen? Hm, es sieht gut aus. Ich habe noch ein extra Finger, aber. Ich weiß, ob ich euch helfen kann. Let me know if I can help you find anything. Willkommen zu Quickie Pal. Das Witzbuch müssen wir auch noch finden. Ich hab das Witzbuch, aber ich hab das Witzbuch. Ich hab das Witzbuch. Ja. Okay, er hat also ein Uhrmacherwerkzeug. Er will was essen. Eheh, Eheh, Eheh. Tee Vicious! Tee Vicious! Tee Vicious! Tee Vicious! Tee Vicious! Wahrscheinlich müsste man welcher room ist er. Nein, ich will nicht sprechen. Okay, warte mal. Jetzt ist er... Dritter! Vierter! Fünfter! Sechster! Siebter! 8. 9. 10. 11. 12. Der vorletzte. Shut up in there! Everyone knows it's impossible to make a good move the Lord of the Rings. Ich weiß, aber er war auf dem ersten. Also da. Verdrückt wieder. So. Was heißt im vorletzten? Der zwölfte Stock. Der zwölft! Der zwölft! Der zwölft! Der zwölft! Aber mit ihm können wir einen. Da sind wir auch schon da, oder? Nein, zwölf musst. Zeppe! Gut, wir müssen noch einen Stock drauf. Er könnte eigentlich einfach durch die Decke fliegen. Nein, er kann nur schweben. Er kann nicht vor Ort fliegen wahrscheinlich. So. Der Klo ist da nicht. Okay, schön weg. Aber da schau was da liegt. Das Juwelierzeug. Kann man die Tür so öffnen? Ja, von außen wahrscheinlich nicht. Verdrückt. Ja, jetzt ist grün, oder? Das Problem ist eines. Jetzt haben wir zwar das Uhrenmacher-Set, aber wir müssen es trotzdem noch leise machen. Damit wir es aber leiser machen können, brauche ich den Preis, den wir kriegen beim Ransom der Clown. Gewinnspiel. Oder wie heißt das? Doppelgänger-Spiel. Ja. ätten ziel mätten Was wollte ich jetzt? Ja, mit Ransom spielen. Was macht er da? Er schaut immer was nach, wenn wir nicht hinschauen. Das heißt, wir müssen mit dem Geist nachher nachschauen, was er macht. Das kann sein, ja. Aber das merke ich mir jetzt einmal. Mit einem scheiß Zirkus, der wird da, oder? Mein Gott, ich hätte nicht geglaubt, dass die Kraxen heute noch funktionieren. Ja, wie du nicht weißt. Ja, bei dir hat man es eh nicht gekriegt. Verlierst irgendwie gleich die Geduld einmal. Es ist mein altes Trampolin. Er bringt wieder Erinnerungen. An wen erinnert mich diese Stimme? Ich denke es jedes Mal. Auch schon. Und dann? Er braucht den, der das haltet. Hat er jetzt gesagt. Und die sind ja schon besser. Ja, warte einmal, der kommt ja nicht rein und ich muss es mit ihr machen. Aber siehst du, heute ist es schlimmer, heute wären wir draußen. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Nimm. Du weißt es nicht. Du weißt du. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Einer anderen Stufe dann. Probier's noch einmal. Ja, ganz lieber. Nicht ziehen! Was machst du denn? Ziehen! Jetzt muss ich doch wieder drücken. Oder warte! Von der anderen Seite drücken! Es geht ziehen auch. Ja, aber offensichtlich nicht. Oh, ich muss nach rechts drücken, wenn ich nach links mache, drückte von der anderen Seite. Schau, wenn ich jetzt ziehe und mache, müsst ihr das auch machen. Wer macht es nicht für so einen Arschloch? Sag ich ja. Oder ist schon fertig? Das ist so weit nach links, wie ich es bewege. Die links muss es, um es zu rechts zu ziehen. Hey, Spotter! Du bist in der falschen Platz! Willst du mich meine K***e K***e? Sei vorsichtig! Okay, dann. Hier geht's! Ich bin aus der Kontraption. Okay, komm stark fest. Wie kann man noch einmal? this angeschaut... Es ist rausgeflogen und nach oben. Das ist ein Fenster. Darum habe ich mir gedacht, vielleicht ist es da. Und dann habe ich gesehen, es ist noch ein Trampolin da. Offensichtlich. So. Fuck. Psst. Nicht shut up. Warte, kann ich eigentlich so schief flagern? Ja, komm. Das ist mein Schiff. In perfektion. Wenn du nicht so schiefst, was du? Nicht, dass du ein Rude Ransom bist, aber wir versuchen, den Charakter für den Lookalike-Kontest. Was? Das ist mein Schiff. In perfektion. Das ist mein Schiff. In perfektion. Ready to face my adoring public and win this contest already. Thank you all for coming to witness the Ransom Lookalike Contest. We've got a great crowd here tonight. But is he blind? Huh. Stinks in here. Yes. Well, it looks like we've got some great entries. And some not so great entries. But I'll be the judge of that. That's right. I'll be judging the contestants as they try to make us laugh. First up, we have Cory. Oh, that's some tape you've got on there, kid. I bet your mom made it with love. I hope there's a Batman lookalike contest for you soon. You definitely win. So convincing. You've gotta be f***ing kidding. That wasn't an insult. It was a crappy compliment. I have big hair. He does! Oh my! That's funny! Am I f***ing missing something here? I don't like hats. Is that the only f***ing fact you know about me? Who are you? Why do I f***ing bother? You're all a bunch of inbred freaks. Don't try to deny it. Because I've seen the sheriff, the coroner, and the hotel manager. The sheriff, coroner, and hotel manager are all distinct people and awesome in their own right. You should be thanking them for keeping the town running! You guys are obsessed with this Chuck guy! Seriously, I haven't seen brainwashing like this since the f***ing Manson family. Don't you know it's disrespectful to speak of the dead that way? Especially the faultless Chuck Edmund! I was amazed you weren't a bunch of fatzos. Fatso? That's an incredibly hurtful and vulgar word to use. It's not something that any decent people say in public. Bunch of f***ing ingrates! Sounds like someone has to update their jokes. Now we have our final contestant, Cory! It's f***ing beat for f***ing sake, not f***ing bloop! Don't be mean! I hold you all ransom with my jokes! Clever! Ha ha ha! Ransom, ransom, so smart! You're all silly billies! But you're still lovable! Oh, f***ing kill me now! This won't take long to decide the winner! In first place, is... Obviously... Cory! Oh my! Thank you! Cory wins a licensing deal with Mega Mega Toy Company! I'm going to make a cute fuzzy dog! But you could just walk into any toy store and f***ing buy that already! Second place, is Cory! Of course it f***ing well is! Totally f***ing rigged! How can anyone compete with Cory? It's a pleasure to come second to his first! You've won a gift card for facial reconstruction surgery! How exciting! Just like my hero, Michael Jackson! Which leaves third and last place to... What was your name, anyway? It's f***ing Ransom, you idiot! Oh... Your name is Ransom, too? That's an odd coincidence! Pity your act wasn't very... convincing! Urgh... 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 So third place goes to the poorly named Ransom! You win an easy listening theremin record by Psyche! Actually, that's exactly what we wanted! Congratulations to those who put some effort in! So, how do we do it now? I need to open the phone! I need to open the phone to open the door! So, it's up here! I need to open the phone to open the door! Decker is totally a replicant! Then I need to open the phone and change the file! And he, the police officer, does have to open the wheelie... ...and give him that. Okay, wait a minute! ähm, wollte dich jetzt hin zum Radiosender, oder? so, passt dann gehen wir mit dir auch da sieht nicht immer noch eine Karte so, schneller Karte holen oh Gott, wo ist die Karte? aber das Dream läuft stabil, das gefällt mir obwohl nichts eigentlich funktionieren sollte es läuft stabil naja, eigentlich soll es schon funktionieren die Frage ist, warum es ständig nicht funktioniert hat nur wie im PC meinst jetzt, ne? ja, weil da ein Scheißdreck ist aber das wird sich bald ändern ich habe ja eine Orientierungsstörung ich kann dich töten sie muss jetzt auch zum Radiosender jetzt brauchen wir vom Ransom, ne? hey, Clownface du stehst halt nicht du stehst auch nicht geblieben du stehst du zum Schlepp her es ist der offizielle Ransom-the-Klounge-Barbfer Wie lange ist er zu hoch, oder? Wir holen den Klown, um die Strecke zu hochzunehmen! Der Circus-Freak wird die Strecke hochzunehmen! Stuckige Strecke! Die Strecke für mich machen! All diese Strecke hochzunehmen, um ein Puzzle zu lösen! Achso, scheiße! Ich muss ja noch mit ihr im... Boah, das ist kompliziert! Wenn du da mal den Überblick verlierst, stehst du da! Zur Hauptstraße! Woher stehe ich denn da jetzt? Tür, woher stehe ich denn da jetzt? So... Tja, witzig! Heute ist Vollmond! Ja, bei uns auch! Danke! Nein, ich habe gerade... Nicht aufgepasst! Ich habe es zufällig vorher gewesen! Ich weiß nur, dass es kein Freitag ist! Ja! Ich meine, wir sind beide aus der Kirche ausgetreten, aber das Witzige ist, ich habe heute Fleischgestern unterricht! Ja! Willi, hier sind die Tools, die du willst! Ich meine, ja! Oh, danke! Nice Tools! So! Da kann unser... Super-Gauch gleich losgehen! Wir interrumpfen unsere Hostile-Kate! Ja! Ja! Was ist das denn? Das sieht kompliziert! Was ist das denn? Was ist das denn? Warum kenne ich die Stimme? Du musst dann nachher nachschauen! Hast du ja gar nicht überall geschaut? Du hast ja gar nicht überall geschaut? Ich sterbe gar nicht! Ja, aber jetzt ist es gerade ein bisschen blöd! Oh! 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 Ich bin innozentig! Kannst du diese Watche fixieren? Wenn du das Watch fixieren... Hier ist mein... Hey, du hast die große Theramin-Musik zu spielen! Okay, hand it over! Theramin? Er spielt sicher der Scherer. Na, danke für die... Was hat der Spiel gehabt? Nobody knows the trouble I've been. Oder so.